So, herzlich willkommen zurück bei Rocket League. Los geht's mit dem neuen Scarab. Aber mit dem lässt sich schon ganz gut fliegen. Weiß ich nicht, das Geile ist, ich hab halt so Musik als. Ich hab halt so Musik als Boost, weißt du, jedes Mal, wenn ich so booste, macht's so. Stell dir mal vor, das wäre so geil. So pro Sekunde oder so. Ich hoffe, die Musik, die da abgespielt ist, ist nicht Game-Man-Geschön. Weißt du, die ganze Zeit so. Und wenn du dann Boost aktivierst, kommt's dann so. Nee. Äh, ich hätt's, hätt ich Breakout gehabt, hätt ich ihn reingemacht. Aber... Ja, bist halt scheiße, ne? Lol. Ich hab abgeblockert. Es ist halt mega ungewohnt, dieses Auto. Ja, mhm, Dito. Aber eigentlich ist, find ich den sogar besser. Wenn ich jetzt mal so mit dem Spüren... Oh, das hättest du mal gewusst. Das ist zu spät gesprungen. Der Gegner ist leider richtig hingestimmt. Toll, ey, so ein Lappenteam. Alter, ich glaub, ich werf dich raus aus Speed Speed. Ohne Spaß. Wär's Beste für uns alle. Der Hardy war einfach aufgeregt mit, Oh, der geht rein und so. Der geht rein. Der ist immer so rausgeworben. Genau. Der geht rein. Der da? Oh, der geht rein, scheiße. Ja, der geht rein. Bam. Oh, nein. Oh, gut weggespielt von mir. Nein. Lol. Lass den... Oh. Boah, mit dem kann man voll die Leute austricksen mit dem Scarab. Boah. Fuck, Gott. Leute. Nein. Was für ein Lack haben. Lass mal aufgeben. Lass die Sachen raus. Bester Start ever, by the way. Dann kannst du rausschneiden. Gläts ja nur Sachen hoch, wo du gewinnst. Genau. Ja, genau. Deswegen haben wir auch nur acht Folgen erst bei Rocket League. Warte, wie... Loll, der hat 88er Ping Nazi confirmed. Loll. Äh, Breinfeld. Was denn? Wie viele Folgen haben wir ohne Stefan aufgenommen? Zehn oder so? Loll. Ganz insgesamt... Wie nice die Map aussieht. Die Map sieht nice aus, ja. Das ist auch übrigens meine Lieblingsmap. Ich finde, die sieht am allercoolsten aus. Auch, äh, am Tag. Ja, aber Nacht... Die Nacht Edition ist neu, ne? Ja, die Nacht Edition ist neu. Das sieht mega geil aus mit den Farbspielen. Nein! Oh, ich komm noch nicht auf das Auto, klar. Ja, ich auch nicht. Weißt du, dieses Ding, musst du dir vorstellen, ist so fucking klar... Was? War geplant von mir. Warte, ich mach den. Ne. Doch. Ah, noob! Wie, so... Ich hab den doch berührt. Ich war doch über dir. Ne, hast aber nicht richtig berührt. Was hast du nicht so gut gemacht? Der Gegner, hilf mir. Ach, fuck. Hab ich nicht gut gemaked. Okay, der geht... Das ist vor mir doch. Werfen du hin. Aber der trifft nicht. Oh, oh. Der wollte grad boosten, ich... Boah, boah. Tolku, der hättest immer besser gespielt, ey. Lass mal aufgeben. Nein. Lass mal aufgeben. Weil, der ist so geil, wie der jetzt da noch die Musik hörst. Oh, Mann. Der Typ kann halt nix. Steht AFK da rum. Jetzt geht der jetzt doch. Boah, das sieht so bescheuert aus. Einfach mit meiner Eisenbahn, die da die ganze Zeit da so um mich rumfährt. Boah. Nein, mein Boost. Nein, der hat... Ich finde, das sieht so geil aus. Weißt du, wenn ich einmal mit dem Boost ankommen und dann... BAM, fickt DITCH, BAM, fickt DICH! Ich habe genau so oft verkackt die Vor onda... NEE! well, quote, dass think about it euh... JA, ich krieg gleich echt nen lacher aaftle mitt... NEIN... Oh man, das ist noch so ungewohnt. BOOM! Junge! Fick dich! Vom Gegner? Ja, echt gute Vorlage vom Gegner. Und jetzt hör' mal, jetzt hör' mal! Ja, wir schauen mal, wie ich den Typen noch boxe. Das ist so geil. Ich hab die Ingame-Musik ausgemacht, weil ich meine eigene höre. Achso, hörst du dann auch nicht den Boost oder was? Doch, den Boost hör' ich, aber wahrscheinlich zählt das unter Musik, was du da hast. Achso. Boah, alter. Lass' ich's lieber, wenn's er nicht reingemacht. Ja, wollt grad' sagen. Boah, guter Spieler. Boah, Outplayer, ey. Warte, lass' mal. Nee. Ah, er abgesnackert! Nein! Der Ball ist nicht mehr so hoch aufgesprungen. Boah, der Scarab ist voll geil, Alter, das ist mein neuer Favorite-Spotswagon, ey. Guck's dir an, Alter, der ist nicht mehr so hoch gesprungen. Ich dachte, der springt höher. Ja. Boah, ich find's immer noch so geil, wie der Typ sich aufgeregt hat, dass man sich das heute kaufen muss, aber trotzdem den Content runterladen muss. Boah, wenn du das reinmachen kannst. Ja. Hätt' ich mal machen können. Ich komm' einfach nicht dazu, den Ball reinzumachen. Ich komm' nur dazu, Vorlagen zu machen. Ja, jetzt nimmst du mal die Rolle des Breitfeld. Ich komm' einfach mal. One more goal and I leave, Mama! Hat der das grad' gesagt? Oh nein! Nein, ich bin scheiße, bumm. Boah, ich dachte gerade, du machst rein. Mein Boost. Ich wollte gar keinen Boost, du fake it. Doch wolltest du. Ich habe es gesehen. Oh, Tolko, ihr hättest mir den Boost nicht gesehen. Oh, bumm. Ich habe halt ein Tor und da passen zu viele Punkte wie du. Richtig gut. Boah, weißt du, wie viele Errungenschaften ich hier gerade bekomme? Weißt du, ich kriege halt dreifach so viele Punkte wie ihr immer. Ich bekomme dreimal fast so viele Punkte wie ihr, ey. Ja, okay. Hab ich bestimmt gesagt. Ja, hast du gerade gesagt. Ja, ja, ja. Hast du gesagt gerade, ich bin im Reitfeld. Okay, ich habe alle Rocket League Errungenschaften frei außer zwei. Mir fehlen noch zwei Errungenschaften. Ich errungelhaften. Ja. Mach doch mal ein Tor. Ja, mache ich jetzt. Okay. Aber, äh, wenn ich mal fragen dürfte, wer hat ihr das erlaubt? Äh... Ich will die Sicherheit nicht. Der Hurensohn. Also du. Button safe. Button safe, habe ich gut gemacht. Button save. Ah, schade stand der da. Warte, ich habe den. Okay, dann mal. Ah, faggott. Boah, hab ich den gesaved, ey. Aber war leider Vorlage für die. Lol. Warte. Ah, komm. Ah, fuck. Nein. Ne, das gewirrt hier net. Leute, lass mich den, bitte, 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 oh, komm, ich muss doch hier Tore fahren mit meinem neuen Scarab. Ja, nee, ich glaub, der Gegner wäre schneller gewesen als du. Ja, 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 okay, gut. Ja, aber was hätt er machen, ja, was hätt er machen sollen, denn? Überwunderlich, fuck, ey. Ja, Breit, verlassen, was du redest. Ey, surrendert mal, fuck, ey, weißt du, du kommst ehrlich, ihr seid voll scheiße. Ja, gut. Hat er das gesagt? Ich hab nur, wuh, 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 verstanden. Weißt du, bei so Leuten ist es halt wieder wahr, was das Fernsehen sagt, ne? Eher so RTL. Mit, das sind alles geistige behinderte Kinder. Mann, ich hab nur noch 80 Boos, weil ich hab vorher ein bisschen, dreiviertel... Oh, du, fuck, Gott! Willst du? Nein! Nein! Boah! Guck, hättest du den Boost geholt, wärst du nicht in der Position gewesen, sondern dass ich das selbe kann. Ja, stimmt. Hast du gut gemacht, Kuja. Lol, scheiße, ich steh falsch. War so geplant von... Weißt du, ich wollte, da wollte ich dir eigentlich noch helfen, dass der reingeht. Ach, hab ich sogar, lol. Nice. Und die Typen, der wäre halt nicht mal reingegangen, die Typen haben den selbst reingeholt, ich gehe mein Stor. Ja, ich mach das eins gegen zwei. Oh, der boxt mich ein bisschen. Loil. Loil. Loil! Ich hätte reinmachen können, ich dachte, dass der was macht. Nice, Breitfeld. Schade. Ja, da kann ich nix machen. Hast du ziemlich gut gesendert für dich. Wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich den Ball so wegspielen. Dass der so komisch kommt, wusste ich nicht. Ja, und ich hab den Gegner hinter mir direkt. Ja, ist egal, wir sind auf 2-1 in Führung, ja, also... Weißt du, aber gegen so einen Assi will ich auf keinen Fall verlieren. Ja, doch. Der spielt auch noch Merk! Weißt du, genau solche Leute sind das, was die Welt nicht braucht. Genau solche Leute sind das. Aua! Danke! Oh, Mann, der wär ja fast reingegangen. Weißt du, ich boxe dich halt und sage Danke. Basta! Nee! Oh ja, lol, nice teamwork. Richtig gut, zender den. Ah. Schade. Mann, vor allem, ich hab den fast noch selbst reingemacht, dann. Bastard! Ja, Alter, was ein Save von dem Typen! Ja, was ne Vorlage von dir! Boah, breit's wild! Boah! Ah, Alter, das ist knapp. Der wär fast rein. Ich kann auch nicht so ganz bei meinem Auto von hinten und vorne unterscheiden, das ist ein bisschen ein Problem. So, ich hab jetzt gut gesendert. Lol, ich hab ja gar keinen Boost, scheiße. Warte mal, ich versuch mal Flieg und Sieg mit dem. Fast. Hast du fast jetzt den Ball gedruckt? Lol, cool, ihr macht Vorlage. Sender mal. Nein, ich mach direkt rein! Geil! Ja, hast du richtig gut gemacht! BAM! What the fuck, Alter! Oh, Mann! Hätt ich den da noch gesaved, Alter, das wär krass gewesen. Ja, das wolltest du so machen, eigentlich. Ja, wollt ich auch. Ich bin ja da noch gewesen, aber... Hat leider nicht so viel gebracht. Das willst du nicht im Reifeln... Oh, Leute. Gut, dass du stehen geblieben bist. Wärst du weggefahren, hätt ich reingemacht. Ja. War aber alles kalkuliert. Ja, weißt du hier, ich bin der Hardrocker, weißt du? Ich boxe alle um. Nein! Ich wollte boxen! Gerade sind wir scheiße. Ja, ich komm auch nicht auf mein Auto klar. WTF, dat Stil! Loll, die ist nicht krass, Alter. Ja, der Assis dürfen halt keine Tore machen, ist das so. Jetzt mach mal. Da, bitteschön. Kuja fährt einfach weg. Ja, ich kann leider nicht den Ball, äh... ...so alles machen. Warte, ich hab den. Okay. Loll, der wär halt aufs Tor gekommen. Wenn diese Fagots nicht den gesaved hätten. Der wär auch wieder aufs Tor gekommen. Maaan. Seid ruhig. Nice. Wir müssen ein Tor machen. Boah. Boah. Nein! Was? Bist du irgendwie da? Was ist da passiert, Mann? Das Auto ist nicht so lang. War, Alter, dann hab ich das so schön gesaved, weißt du? Und dann... Hihihihi. Boah. Hahaha. 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 Ja, weißt du... Ich hab halt damit gerechnet, dass du ihn wegkaufst. Hahaha. Oh, Mann. Mann. Wir verlieren gegen nen Assi. Und auch noch nen Merc-Bastard. Naja, wir haben's wohl nicht anders verdient. Genau, hier rein! Mann, Alter, sind wir scheiße gewesen am Ende. Ja. Ähm, Mann. Ah, mit Fliegen komme ich aber jetzt nicht klar. Hallo, jetzt such doch mal ein neues Match. Moment. Glam den gleich mal. Der hat auch nen richtig kreativen Namen. Lump1234. Ich hab what the fuck a social faggot geschrieben. Der ist halt deutsch gewesen. Ja, keine Ahnung. Oh, das ist er. Report... ...Harrassment. Monday的 Tag. 12 September. Mm. Okay. Ich hab mallen. Du bist dort now. Okay. �로ere Jeку- Ho s chain. Wow. Varch BI. Meine 123-